Ich hatte was vor, aber was? Hm. Story ist zurück. Zurück? Ich dachte, ich hab was vor. Und erinnert sich natürlich an nichts. An was soll ich mich erinnern? Denk nach. Worüber? Was du vorhast. Wann? Jetzt! Warum? Ein kleiner Fisch mit Herz, aber ohne Kurzzeitgedächtnis. Hallo, kannst du mir bitte helfen? Oh, nicht gut. Findet Dory. Ab 29. September. Nur im Kino. Wer war jetzt Dory?